Jo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen. Heute seht ihr meine beste Nuketown-Runde aller Zeiten. Doch bevor das Video losgeht, wollte ich euch auf eine coole Aktion aufmerksam machen. Und zwar ist heute Black Friday. Hier seht ihr auch schon die HD60S. Die ist im fetten Angebot und auch noch das Stream Deck. Also, falls ihr mit YouTube anfangen möchtet oder mit Streamen, dann ist heute der beste Zeitpunkt dafür, sich das Equipment zu holen dafür. Und ja, Leute, gerade irgendwas aufgestanden, aber es ist nicht so schlimm. Jetzt geht's los mit dem Legendary Gameplay. Okay. Drei, zwei, eins. Hey, yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Kommentary hier auf meinem Kanal, Leute. Ich spiele heute mal Herrschaft auf Nuketown. Hier mit Non-Lethals. So, hier mit der Ska. Erstmal ein paar Caps. Oh, nein, nein, nein. Das Auto. Scheiße, ich wollte gerade noch wegrennen. Bisschen zu langsam. Boah, der will es richtig wissen, dieser Le Nant. Le Nem. Wahrscheinlich ein Franzose. Oh, nein. Oh, nein. Oh, oh. Ja, ich konnte nichts machen, man. Die sind schon richtig gut positioniert, die Gegner. Komm, Teammates, komm, pusht mal ein bisschen vor. Auf jeden Fall schauen wir mal, was ich hier jetzt erreichen kann in der Lobby. Die sah jetzt nicht optimal aus. Seht ihr auch schon an den Waffen, welche die Gegner hier gerade benutzen. Komm, rausgesprungen. Jawohl. Ey, Digga, du kannst auch... Oh, er ist so schlecht mit der Remington. Aber er wird, glaube ich, einen trotzdem früher oder später auf Strik holen. Oh, mein Gott. Zack. So, ich warte mal kurz. Eigentlich müssten die jetzt hier ins Haus reinkommen. Bam. Nein. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Lauf, 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 lauf. Oh. Boah, Jungs, war das... Ich hatte nur noch einen Schuss in das Gah. Hätte ich ihn jetzt gejobbt, ich hätte er sofort einen Lachfleisch geschoben. Oh, mein Gott. Okay, Jungs, nice. Oh, wie EMP alles schon mal erreicht. So muss das sein. Ich habe so Angst vor diesem einen Typen. Er hat, glaube ich, nuller Prezi mit Remington, aber... Irgendwann schafft er den Lucky Shot, glaube ich. Okay, nice. Ist der unten am Campen? Oh, Gott. Okay, nächsten Orbi habe ich auch schon. Ey, das gibt es nicht. Spielen die alle Remington, oder was? Jungs, was habe ich gerade für ein Glück? Das ist ja nicht mehr normal. So, Orbi raushauen, EMP raushauen. Let's go, Mann. Komm, komm, komm. Zeig dich. Ich habe jetzt echt keine Lust, weggeschimmelt zu werden. Ich hau mal EMP raus, damit das Geschützdown ist. Okay, nice. So. Alter, was ist das für ein Ding? Hä? Habt ihr gerade diesen Grafik-Bug gesehen? Was war das für ein riesig... Riesige Box? Nein, nein, nein. Wenn ich das überlebe... Oh, Gott. Was ist hier los? Was ist hier los, Jungs? What the... Oh, Gott. Glückton ist... Am Start. Was ist hier... Jungs, habe ich nur klar, bitte. Oh. Okay. Alles klar. Glückton höchstpersönlich... Beim Live-Kommentary. What? Was war das zur Hölle? Was war das zur Hölle? Was war das? So, ob ich schon mal raushauen? EMP raushauen. Jungs, ich komme gerade nicht drauf klar. Also, ohne Scheiß. Ihr könnt alle in die Kommentare schreiben, Hashtag Glückton. Das ist ja nicht mehr normal. Ich muss sagen, ich bin hier gerade schon ordentlich am Sweaten. Schon wieder gnadenlos. Ich habe sogar noch ziemlich viel Zeit. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nicht sterben, Anton. Boah, Alter. Was ist hier los, Mann? Boah, wir raushauen. Schnell. So, Plünderer-Package aufsammeln. Alter, Jungs, sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen leiser bin, aber... Ohne Mist. Ich habe hier schon wieder unnachgiebig. Fast Double-Nuklear in der ersten Halbzeit. Boah, Mann, oh Mann. Das Garage noch aufheben. Jetzt nichts mehr riskieren, Anton. Okay, von Herrschaftspunkten läuft es auch richtig gut. Schaut mal an, ey. Das sind nicht mal Randoms hier im Gegenderteam. Drei Prestigemaster, die gehen sogar fast alle positiv. Boah, Mann, ey. Lol. Ein Impact-Faker ist hier drin. Impact-X-Homo. What the fuck? Okay, Jungs, komm schon, bitte. Ich will wenigstens die Double-Nuklear hier reißen. Ich hätte sogar... Nein, ich sage es lieber nicht. Ich sage es lieber nicht. Drei, zwei, eins. Let's go. So, EMP schon mal raushauen. Orbi raus. Das Lied habe ich so oft gehört in letzter Zeit. Das ist ja nicht mehr feierlich. Oh mein Gott. Boah. Das ist schon wieder knapp, Mann. So, EMP raushauen. Jungs, ich müsste schon kurz vor der Double-Nuklear sein. Ich habe Double-Nuklear. Ich habe vier Minuten Zeit. Ach, du Heilige. Kill mich, Digga. Kill mich. Killt mich, bitte. Gegner. Killt mich. Da ist einer. Ja, okay, nice. Jungs. Vier Minuten Zeit, Anton. Ganz gechillt. Bam. So, ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Das ist das Allerwichtigste bei einer Solo-Triple. Ich meine, es ist das Schwierigste, was man schaffen kann in BO2. Da muss man einfach ruhig bleiben. Letztendlich sind es nur drei Nuklears in einem Spiel, aber trotzdem. Komm, ich will es wenigstens spannend machen. Bam. Oh mein Gott. Ist der down? Den P raus. Komm, zeig dich, Digga. Jawohl. Oh, ich bin so... Das glaubt ihr gar nicht. Oh mein Gott. Jungs, ich habe Munitionsprobleme. Leichte. Nein, ich kann doch nicht rein challengen. Ich brauche Muni, ich brauche Muni, ich brauche Muni. Munition, bitte. Ich habe noch über zwei... Ich habe fast drei Minuten noch Zeit. Oh, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Anton. Mach keinen Scheiß, Brudi. Okay. Okay, EMP habe ich. Äh, Orbi habe ich, meine ich. Ich muss den Killen hier drin und dann seine Waffe aufsammeln. Jawohl. P raus. Boah. Schon wieder skrupellos. Jungs, das kann schon eine Solo-Triple-Life werden. Der ist oben, der ist oben. Ich darf auf jeden Fall jetzt keine Leichtsinnsfehler machen, das ist das Wichtigste. Oh mein Gott. Oh, nachgiebig. What the fuck. Ich habe nicht mehr... Oh, nein, 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 das sind so viele Gegner. Laufbasser. Oh, ich bin so ruhig. Sorry, Jungs, dass ich nicht rede, aber ich glaube, das ist verständlich. Nein, nein, nein. Brutal. Ist der hier in der Ecke? Jawohl. Jungs. Oh Gott. Nein, oh meine Güte. Ich sterbe vier vor der Solo-Triple-Nugular-Life. Nuke-Town. Leute, wisst ihr noch, als ich kurz vor dem Schüppel gestorben bin? Genau hier. Ich bin in diese scheiß Häuser reingelaufen, hatte keinen Mond mehr. Und dort lag dann der Sniper, Digger. Er snipet mich. Er snipet mich. Oh mein Gott, mein ganzer Körper ist so heiß. Nein. Nein. Vier vor der Solo-Triple. Zum Glück habe ich schon eine Solo-Triple-Nugular, sonst wäre ich, glaube ich, jetzt so extrem eskaliert. Oh mein Gott. Egal, Leute. Scheiß drauf, Mann. Sorry, dass ich so leise war, aber... Hey, ich war mir sogar ganz kurz sicher, dass ich es schaffen werde. Oh, das war so ein blöder Tod, Mann. Er war, glaube ich, sogar GMP'd von mir und hatte mich einfach gesnipet. Er lag einfach im Spawn. Beweg dich doch. Er schämt sich nicht. Wie kann man nur so frech und dreist spielen? Egal, über 13.000 Punkte, 93 Kills non-Lithel. Ey, ich hätte jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass ich hier fast eine Solo-Triple mache live. War ja hier quasi One-Take, also First-Take. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da für diese heftige Spannung. Ey, ich packe es nicht. Mein Herz ist immer noch so am Rasen. Fast die Solo-Triple-Life. Gegen diese ganzen Gegner mit Remington und was weiß ich. Dreimal brutal. Egal. Bewerten und kommentieren. Ich würde mich freuen, wenn jeder, der das Video sieht, es bewertet. Es war doch richtig krass spannend. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hatte auch teilweise so viel Glück, vor allem in der ersten Halbzeit. Es musste einfach so enden. So viel Glück kann man nicht haben, ey. Egal. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.